Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge des Dungeon Siege Death Plays, wo wir ja gerade in der Festung Kroff angekommen sind, nachdem wir, ähm, hier vorne den einen tollen Magier besiegt haben, da, also der hier die Festung Kroff belagert hatte, davor noch in dieser Höhle mit diesem großen Auge waren und jetzt endlich in die Festung Kroff gehen und uns anschauen, was uns hier erwartet, die, die wir eigentlich verstärken. Der Tod von Gresh verschwand die größte Bedrohung für die Festung Kroff. Aber die Gefahr einer neuen Auferstehung dieser Art uralten Übels bedrückte unseren Helden sehr. Ihr habt das gehört, damit ist, also die, die Bedrohung für die Festung Kroff weg, aber wir haben Angst, dass trotzdem nochmal was passiert. Geht und sprecht mit Hauptmantarisch. Er will sicher wissen, was für Neuigkeiten ihr bringt. Okay. Ich habe es satt, den ganzen Tag Grippe zu zertrümmern. Gleich bleiben sie ja jetzt liegen, nachdem dieser Krugfreund Crash ins Gras gebissen hat. Oh, hier ist auch noch eine Wache. Ihr seht nicht aus wie Legionäre. Seid ihr die Verstärkung? Wie auch immer. Wir kommen in der Festung Kroff, dem letzten Bollwerk aus dem Weg, auf dem Weg zur Burg Ebe. Die Musik hat sich geändert. Ich glaube, ihr hört sie nicht, sie ist zu leise. Ich weiß nicht, ob diese Untoten jetzt endlich Ruhe geben, aber ihr habt da draußen auf jeden Fall eine gute Tat getan. Das könnte bedeuten, dass ihr endlich wieder dazu kommt, dass ich endlich wieder dazu komme, zu schlafen. Also jetzt erstmal die Frage, wo ist denn eigentlich der Typ, den ich suche? Da, Tarisch. Wir reden erstmal mit Tarisch, bevor wir mit allen anderen reden. Hallo Tarisch. Ja, und damit haben wir unsere Aufgabe bekommen. Unsere Aufgabe ist es, unterwerft die Trog, unterwerft die Führung der Trog in ihrem Dorf jenseits der Wüste im Osten. Ach, im Westen. Ist der nicht Westen gesagt? Ja. Okay. Okay, wir reden mit allen anderen, die wir hier noch haben, was wir noch so finden. Dann fangen wir mit dem hier an. Es gibt nichts, was so schlimm ist, wie die toten Überreste der eigenen Kameraden zu bekämpfen. Asunai sei gepriesen dafür, dass ihr kämpft. Ich bezweifle, ob wir die Festung ohne euch noch viel mehr als einen Tag hätten halten können. Ihr seht auch hier, das Ding ist komplett zerstört. Es wirkt schon authentisch. Ihr habt euch verdammt gut geschlagen gegen diese Totenbeschwöre, diesen Totenbeschwöre-Crash. Tagelang terrorisiert er schon die ganze Gegend. Seit der letzten Schlacht läuft er herum und fordert uns zum Zweikampf. Wie, wir wären irre. Ginge ich dort hinaus? So, die Hütte. Oh. Okay, kann ich nicht looten. Hätte mich auch gewundert. So, schauen wir hier rein. Ich werde einmal kurz mit allen quatschen. Ich habe den strikten Befehl, die Verwundeten von niemandem stören zu lassen. Beeilt euch mit Magus, sonst könnt ihr was erleben. Ja, okay. Da liegen ja nur ein paar rum. Wisst ihr eigentlich wie viele Menschen hier mit dem Tode ringen? Was wollt ihr hier? Was könnte wichtiger sein, als Schwerverletzte zu heilen? Was ist da mit ihnen? Kann ich Tränke kaufen? Schaut mir gleich an. Hat aber leider kein Buch dabei, was ich haben will. Die Tränke kaufe ich später. Wohl geht es mir erst, wenn ich weiß, dass diese famale Dytons 6 wieder in dem Abgrund verschwunden sind, aus dem sie kamen. Bis dahin werde ich wohl kaum Schlaf finden. Ich verstehe immer 6 anstatt 6. Also, eigentlich werden sie ausgesch... S-E-E-T oder S-E-E-T-H. Nächster NPC. Ach, gib... Geh mir Weg mit Dankbarkeit. Als ich dem Feldwebel von dem Sex... S-E-C-H-S. Na gut, das ist wirklich fast 6. Als ich dem Feldwebel von dem Sex erzählt habe, die ich gesehen habe, hat er mir die Bierration gestrichen. Als ich dann endlich tarisch davon überzeugt habe, hat er mich auf eine Woche Feuerwache eingeteilt. Ich hätte es einen Maul halten sollen. Na aber, wenn Crash kein Säg ist, was dann? Ähm, ja, keine Ahnung. Hier ist noch ein Eselhändler. Das würde mich wahrscheinlich weniger interessieren, oder? Ihr seht anständig aus. Dann will ich ehrlich zu euch sein. Die Säcks haben das gesamte Lager von Cross geplündert. Uns fehlt Getreide für die Maultiere. Wir müssen entweder einige verhungern lassen oder sie fürs Essen schlachten. Beides gefällt mir nicht. Wenn ihr ein bisschen Gold entbehren könnt, könnt ihr mit einem starken, furchtlosen Tier von Dannen ziehen. Ja, würde ich gerne, aber wir sind leider voll. Denkt an meine Koppel. Wenn ihr ein Packtier braucht, das nicht beim ersten Zeichen von Gefahr in Panik gerät, kommt einfach zu mir. Ich glaube übrigens, wenn ich jetzt sage, ich will noch einkaufen, sagt der, dass ich voll bin, oder? Schön, euch wiederzusehen. Ein gutes Mann denkt an meine Koppel. Wenn ihr ein Packtier braucht, das nicht beim ersten Zeichen von Gefahr in Panik gerät, kommt einfach zu mir. Hier steht es da. Ihre Gruppe ist vollzählig. Da stand der für das, was ich gesucht habe. Hauptmann Tarek hat uns alle in Alarmbereitschaft versetzt. Solange der Sondertrupp bei der Halle der Schädel ist, ist, ich habe versucht, mich einfach mit Zielübungen wachzuhalten, bis sie wieder hier sind. Ja, mit Zielübungen. Du musst auch schießen, nicht nur zielen. Was mit dir? Haben wir also diese wertlose Geröllhalde zurückerobert, ja? Und? Hat einer von euch auch nur ein einziges Goldstück gesehen, seit alles angefangen hat? Wohl kaum. Ich hab die Schnauze voll. Wisst ihr was? Kratzt ein bisschen Gold zusammen, dann können die hier mich allemal und Ruth arbeitet dann nur für euch, na? Das war übrigens gerade ich. Ich hab am USB-Sync rumgespielt. Äh, ich hab das wieder gedacht, das geht ja schon wieder los. Ähm, ja, Nahkämpfer will ich nicht dabei haben. Ihr kennt das. Gut, gut. Könnt verdammt nochmal machen, was ihr verdammt nochmal wollt. Ihr seid ja kein Sklave des Reichs wie wir. Könnt verschimmeln dabei. Genau. Ähm, was ich noch machen wollte, war, dass ich hier ein paar Sachen weglege. Das auf den Esel und das auf den. Wir verkaufen ja wahrscheinlich gleich. Notfalls gleich bei den anderen. Ich will noch kurz hier schauen. Also notfalls verkaufen wir gleich bei dem, ähm, Potthändler. Aber mit Glück haben wir hier noch ein anderer Händler drin, ne? Äh, wenn ihr euch durchs Crash hier hergeschlagen habt, dann seid ihr auch befähigt von hier aus die Hälfte der Schädel zu erreichen. Was? Die Hälfte der Schädel zu erreichen. Der Hauptmann hat einen Trupp da hinunter geschickt, um eine Frau zu suchen, die angeblich gekraut, geraubt wurde. Aber der hätte inzwischen wieder hier sein sollen. Ja. So, ist das hier ein Vendor? Wisst ihr, ich bin hier ziemlich neu, wisst ihr? Der Quartiermeister, mein ach so genialer Vorgänger, musste sich unbedingt von Zack-Kommandeur Grash den Kopf einschlagen lassen. Und ich hab jetzt keine Ahnung, was ich hier eigentlich tun soll. Verflucht, ich weiß noch nichtmals, was alles im Lager ist. Zeigt einfach auf alles, was ihr wollt, dann nenne ich euch den Preis. Alles klar. Okay, äh, wir beginnen mit dem großen Verkaufen. Wie viel haben wir jetzt? 2,5 Millionen. Los geht's, mal schauen, wie viel wir dann zum Schluss haben. Sobald wir alles verkauft haben, schauen wir mal, was wir alles kaufen können. Im Worst Case kaufen wir dann wieder irgendwelche Sachen zurück, die ich gar nicht zurückkaufen wollte. So. Ja, ja, ihr auch, mein Bester. Ach, Missklick, sorry. Ihr kennt das ja. So. Jetzt hier, die Ecken hier unten sind manchmal schwer zu treffen. So, passt, hat der auch noch was dabei? Hat der auch. Und dann noch der Esel in der Mitte, beziehungsweise der dritte Esel, der ist auch voll. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Kohle ich jetzt habe. Ich müsste eigentlich richtig viel Asche haben und nichts davon wirklich gebrauchen können. So. Und wir besitzen jetzt 4,5 Millionen. 2 Millionen haben wir verkauft. Okay. Kann man mal machen. Ähm, fangen wir an. 247 Rüstungspunkte. Ist das hier irgendwo zu toppen? Ähm. Das sieht nicht danach aus. Das hier was ist, was mehr als 247 Rüstungspunkte hat. Jap, 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 jap. Da ist nix dabei. Okay. Ähm, Kopf. Äh, Kopf wäre 31 Rüstungspunkte. Hier geht es los. 40. Auf nächstes Dingens. Würde sich lohnen. 9 Punkte mehr. Könnte man jetzt schon anziehen. Ähm. Oh, das hier ist sogar besser als das sind nur 40 und das hier sind, oh, das sind 35 plus 8, das sind 42. Das würde sich lohnen. Hier, neuer Helm. Zack. Ähm. Wer sehe ich jetzt hier? Nicht einer. Es kann auch ein übrigens ein Helm sein, den wir gerade verkauft haben. also, falls dem so ist, ne, bla, ist egal. Ähm, machen wir weiter. Handschuhe. Handschuhe. Haben wir wie viel drauf? 26? 30? 30? Ja, 30 hier, ab Stufe 43. Was habe ich gesagt? Wie viel habe ich 20? Ach nein, 26 habe ich. Okay. Ähm, das wären 30. Das hier sind 21 plus 8, äh, 31, ne? Das ist genau ein Punkt mehr. Ähm, ja, aber das Beste sehe ich hier auch nicht. Also hier ein Punkt mehr, als das andere. Aber hier ein ordentliches Update, nehmen wir. Ist gekauft, 514 Rüstung. Ähm, Schuhe, als nächstes. Also wir sind gerade wieder einmal mitten beim Handeln. Ihr kennt das Spielchen, ja? Schuhe haben wir, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, 34 drauf, 34. Ähm, das ist schlechter. Auch schlechter. Auch. 31 ist auch schlechter. 34, ne? Ja. Ne, also bessere Schuhe habe ich hier nicht bei. Äh, die Schuhe schleppe ich auch schon lange mit mir rum. Das sind echt gute Schuhe. So, Waffen. Waffe habe ich, äh, bis 171. Ja, die sieht schon sofort besser aus. Die erste, die hier angeboten wird. Ah, 50.000. Ähm. Schauen wir mal. Die ist besser. Gibt's, geht nichts drüber. Auch wenn die hier Tankie war. Was? Wieso denn so viele Rüstungspunkte? Hier steht, dass es sechs Rüstungspunkte gibt. Jetzt. Und jetzt schaut mal an, wie die Rüstungspunkte von 514 auf, oh, warte mal, ist das eine Zweihandwaffe? Ja. Gut. Okay. Ist eine Zweihandwaffe. Die Folge uninteressant. Hm. 100. Pff. Ich denke, dass das schlechter ist. Ähm. Was habe ich denn hier? 171. Wir müssen im Wesentlichen in die Nähe von 171 kommen mit einer Einhandwaffe. Zum Glück ist mir das noch aufgefallen, weil das Schild wurde nämlich auf einmal rausgerechnet. Zweihand. Ne. An diese Waffe kommt so schnell hier keiner ran. Das hier vielleicht sieht echt gut aus, aber alles drauf. Okay. Dann würde ich sagen, wir belassen es bei dieser Waffe. Da sehe ich nichts. Schauen wir uns die Schilde an. Schilde. 56 habe ich. Sonst nichts weiter. Einfach nur 56. Das sind auch 56. Sonst nichts weiter. 49er. So. Okay. Schilde hat er keine. Gut. Jetzt wäre hier noch interessant. Ich suche immer noch den Spell, Naturzauber-Spell, der Rüstungen in Gold umwandelt. Gucken wir mal, ob der den verkauft. Die Geschicklichkeit ist ein Schlag. Nee. Sieht nicht danach aus. Für die Intelligenz. Reissplitter, Helfer, nee, Steinhaut. Nö, nö. Nö. Hier hat er nicht. Gut, dann. Als nächstes schauen wir uns die Rüstung hier an. Wir suchen alles, was Naturzauber hat. Ganz simpel. Anziehbar und Naturzauber-Updates. Ähm. Das andere ist uninteressant. In der Folge können wir hier auch relativ lange blättern und schauen, ob überhaupt irgendwas anziehbar ist mit Naturzauber. Also, wie ich das Spiel einschätze, wird hier nichts mit Naturzauber sein. du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Ihr müsst echt euch Dungeon Siege Soundtracks anhören. Ernsthaft, nix mit Naturzauber. Fickt euch. Waffe. Ähm. Waffe suche ich eigentlich auch Naturzauber. Aktuell habe ich hier mit einem Naturzauber und mit einem Naturzauber. Wenn ich bräuchte, ich starte mit zwei Naturzauber. Falls du sowas hast, natürlich nicht. Ich komme hier oft auf die Idee, dass du sowas haben könntest. Chilled. Auch mit Naturzauber wäre interessant. Hat er aber nicht. Okay. Gut. Dann gibt es hier tatsächlich nichts, was ich kaufen will. Schade. Wir haben echt wenig, echt echt wenig gekauft. Ja, ja. Ihr auch, mein Bester. Ähm. Gut. Wir räumen ganz kurz. Das Inventar auf. Das sieht soweit ganz passend aus. Ja. Ähm. Und hier. Hören wir kurz auf. So. Und gehen kurz zum Wender. Kaufen wir uns ein paar Puppette. Nicht viele. Die paar, die fehlen. Und dann sind wir auch schon fertig hier mit der Festung. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Aber eigentlich haben wir nur erfahren, dass wir... Das... Ah, Mist. Klick. Wenn da hin. So. Wir haben nur erfahren, dass wir die Unterwerf der Trocken... Also das Dorf im... Hier steht im Osten. Jenseits der Wüste im Osten, äh... Platt machen sollen. Äh. Was auch passend ist, weil Osten geht's hier raus. Im Westen kann nicht sein. Das ist mal hergekommen. Manchmal... Auch wenn der NPC gesagt hat, dass es im Westen sein soll. So. Das hier auffüllen, bitte. So. Und das hier auffüllen. Den Esel machen wir komplett voll. Was ist los? Habe ich kein Geld mehr? Man kann irgendwie nicht mehr klicken. Aber das war wohl nur ein Bug vom Spiel. So. Eins, zwei, drei. Voll. Fertig. Die Reihe lassen wir offen. Und damit bin ich auch schon zufrieden. Und dann können wir... Loslatschen. Sind damit alle Esel voll? Äh, leer meine ich. Von denen, die wir hier stehen haben. Einmal speichern noch kurz. Ähm. Ja. Das passt. Vier leere Esel. Das ist mit Gold. Und die sind auch so gut wie leer. Passt. Alles richtig gemacht. Weiter geht's. Raus aus der Festung. Ich speichere viel zu oft gerade. Automatisch speichern. Dieses Tor führt zum kürzesten Weg in die Wüste. Dort unten ist die Halle der Schädel. Seht euch also vor. Es ist ein alter Schrein. Und Trog hält ihnen seit über einer Woche besetzt. Ein Pekingier hat gesehen, wie die Trog während der Schlacht ein Mädchen da hineingeschleppt haben. Wir haben ihr ein ganzes Regiment hinterher geschickt, aber die sind nicht wiedergekommen. Ich bin mir sicher, dass es ihnen gut geht. Da unten gibt es schließlich nur Trog. Aber sie wären sicher über die, über jede Untersuchung ganz glücklich. Also auch über eure. Kommt, der hätte mir auch nochmal ein Quest reindrücken können. Wir sind von Kapitel 6. Ein unkluges Bündnis. Komischer Name. Ja, mal schauen. Das könnte ja darauf schließen, dass wir jetzt hier mit den eigentlichen Bündnissen dann eingehen wollen. Erstmal sehe ich hier noch keine Gegner. Wahrscheinlich getrauen sie sich nicht so nah an die Festung ran. Was ist hier links? Ist hier irgendwo was? Sehr interessant. Ach, da ist ein Gegner. Boah. Okay. Gegner gefunden. Los geht's. Das sind wohl die Trog auch. Damit ihr mal wisst, wie die aussehen. Eigentlich nix wie solltet es, aber... Es sind wohl... Ja, sind das jetzt schon die Endgegner, die wir sehen werden? Ich weiß es nicht. Ich ziehe jetzt gleich runter, ja geht das. Ich bin auch gespannt gleich, was sie für Schaden machen, wie das aussieht. Flora hat sie für 17 in der Naturzauber bekommen. Yay. Damit hat sie 24. Das heißt, von 17 auf 24, 18, 19, 20, sieben Punkte hat sie da, ähm... Dadurch gedingenst, äh, durch ihr Equipment. Jetzt wisst ihr, warum ich immer danach suche. Ob sie irgendwo noch mehr Naturzauber kriegen kann, weil sie eigentlich viel zu schlecht geskillt ist. So, das Schwert... Das ist... Die sind eigentlich gut, aber sie sind viel zu schlecht. Okay. Äh, behalten wir erstmal ein Inventar, so wie das ist. Da haben wir noch was zum Zerklatschen. 11.000 Gold. Auch schade, dass ich das der NPC fast kein Equipment für mich hatte. Das bisschen Equipment, was da gerade bei rumkam, war echt... Echt schon fast traurig wenig. Da hatte ich mir wirklich irgendwie mal mehr erhofft. So irgendwo mal einen coolen Händler finden, der auf einmal sagt, ja, genau dat ist es. Was ist das denn für ein cooler Schädel? Das ist ein Tor? Okay. Das hätte ich jetzt als nicht sofort als Tor eingestuft. Ich fahre doch gleich mal, ob das Tor auch ohne weiteres aufgeht. Ich würde sogar fast behaupten, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns aber gleich jetzt mal so positionieren, dass ich mir gleich angucken kann, wie das Tor runter geht. So. Weil hier hinten geht es eigentlich auch noch weiter. Und hier hinten sind auch noch Fackeln. Deswegen verwundert mich das ein wenig. Hm. Okay, wir machen das Tor auf. Und gucken da rein. Hoffentlich mit einer coolen Kamerafahrt. Ist hier noch was, was ich übersehen habe? Nö, nur hier hinten die Ecke. Wie dort. Wo ein paar Dinger sind, wo ich aber nicht glaube, dass das irgendwas... Ja, wie immer. Warum sollte hier was Wertvolles drinne liegen? Gut. Auf geht's. Schauen wir doch mal, wie das Ding hier aufgeht. Ach, der öffnet nur seinen Mund. Okay. Ähm. Das sieht tatsächlich eher aus... Wie... Das Gefängnis. Und denen... Da geht's noch runter. Da geht's weiter. Und da geht's weiter. Okay, jetzt wird die Gegend langsam so groß, dass ich sage... Und wahrscheinlich, dass ich die irgendwie überschaue. Überblicken kann. Geht gleich erstmal hier rechts runter. Schaue, was wir hier unten haben. Bevor wir geradeaus weitergehen. So. Schönen guten Tag. Ich bin auf der Suche nach... Gegnern zum Leveln. Und will eigentlich ein unkluges Bündnis eingehen. Du rennst da hin. Dann kannst du schon mal noch weiter vorlaufen. Wow. Alles klar. Besessener Schädel. Eindeutig... Optionaler Content. Mal schauen, was hier gleich passiert, wenn ich das hier aufmache. Mal reingehen zum Heilen trotzdem. Wäre schade gewesen, hier nicht reinzugucken. Auch wenn hier nichts Besonderes ist, außer... Vielleicht etwas Loot. Gold. Gold. Falle. Falle mit Gold. Mensch. Wie überkreativ. Falle mit Gold. Und guck mal auf die andere Seite. Das dürfte wahrscheinlich nur das gleiche Spielchen sein wie hier. Nichts Besonderes. Dann gehen wir geradeaus weiter. Ich hoffe, dass das optionaler Content ist. Ich weiß es selber nicht. Okay. Ich gehe einfach nach... Ähm... Besten... Wissen und Gewissen hier durch. Und schaue, dass ich das hier hinbekomme. Hier ist anscheinend gar nichts außer Gegner. Das mich jetzt nicht sonderlich stört. Aber ich hätte gedacht, hier ist auch wieder Loot versteckt. Oder er ist irgendwo versteckt und ich sehe ihn bloß nicht. Und wir sind übrigens wieder in diesen klassischen... Äh... Es ist halt nur ein dünner Gang und, ähm... Der Rest ist schwarz von oben. Gegend. Was ja eigentlich man ganz oft bei Dungeons & Siege hat. Das fand ich beim Minecraft witzig, als ich irgendwann dahinter gekommen bin. Dass du beim Minecraft total oft unter Tage bist. Und überhaupt nicht mitbekommst, was eigentlich oben gerade so abgeht. Und du einfach nur unterirdisch irgendwas erkunden bist. Irgendeine Höhle und dieses und jenes. Ähm... Hätte ich bei dem Spiel am Anfang nicht erwartet. Aber der Name Minecraft kam wohl nicht von ungefähr. Er hatte wohl eine Bedeutung. Äh... Jetzt brauchst du wieder lange, um die Mobs zu klatschen. Du musst mal lernen, mehr Schaden zu machen. Habt ihr das doch schon versucht beizubringen. In den letzten über 20 Stunden Spielzeit. Nichts Besonderes. Ich sehe hier nichts zum Anklicken. Okay. Dann auf nach oben. Können die Esel ja so ein bisschen nachholen. Ich meine, es kann uns ja egal sein. Ob die Esel jetzt mit hinten dran sind oder nicht. Weil das hier sieht jetzt... Wollte gerade sagen, nicht nach einer Falle aus. Aber... Man sollte deine Nusite halt niemals unterschätzen. Kommt ich so rein oder schießt du hier draußen irgendwo aus an? Okay. Du klatschst erstmal das da. Da sind noch mehr drinnen. Muss ich ein wenig aufpassen. Weil ich hab grad gespeichert. Ein wenig aufpassen, in welche Reihenfolge ich das Ganze hier mache. Oh, die Esel laufen ja immer noch nach. Okay, sie sind mir... Die stehen gut. Uh, 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 uh. Na, Kampfstufe 51. Und jetzt gehst du bitte da drauf. Ja, perfekt. So, da ist ein Ring gedroppt. Den gucken wir uns gleich noch an. Bin ja mal gespannt, was das für ein Mädchen ist, was hier unten gefangen genommen wurde. Das irgendeine tiefere Bedeutung hat. Also, sie haben ja gesagt, sie vermuten, dass es hier unten gefangen genommen wurde. Es kann ja auch sein, dass ich da einfach nur ein totes Mädchen finde und fertig. Ich, dass es wieder heißt, da unten muss es auch Mädchen sein. Das war nur ihre Vermutung. Äh, Nahkampfpunkt brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Das kann aber alles mal auf die Esel drauf. Das Maler geht auch hier rüber. So. Das dahin. Und dann befangen wir an. 13 Rüstungspunkte auf den Ring. Das habe ich mir gar nicht richtig angeschaut. Tun wir den Nahkampfdingens hier wieder austauschen. Gut, noch mehr Rüstung. Dahin. Irgendwann finden wir auch mal einen Bogen mit Rüstung. Der Bogen, den wir hier haben, der ist eigentlich auch total für den Arsch. Weil er nur Gesundheit bringt. Aber wir haben tatsächlich noch nie einen Bogen gefunden, der ähm, sinnvolle Werte für unseren Nahkämpfer gibt. Und sagen kann, dass es sich lohnt, den zu behalten. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich würde sagen, bevor wir jetzt nach da unten gehen und schauen, was hier unten ist, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bin selber sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass ich selber nicht mehr weiß, was wie wo. Demzufolge bin ich genauso gespannt, wie ihr was passieren wird. Und bedanke mich jetzt erstmal so weit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, der abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und sage immer zum Schluss, Tschö mit Ö. Tschö. Tschö.